Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir sind jetzt hier und das sieht so toll aus. Das sieht so toll aus. Ich sag's euch. Ich kann's euch gar nicht sagen, wie toll ich das finde. Und ich hab keine Ahnung. Ah. 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 Wir müssen jetzt mal gucken. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Müssen wir da hin? Offenbar nicht. Offenbar nicht, aber vielleicht mussten wir runter. Oh Gott. Vielleicht mussten wir runter. Ich versuch's jetzt mal positiv zu sehen. Vielleicht ist das genau der Weg, wo wir lang müssen. Kann ja gut sein. Ich mein, hier sind auch Blümchen da. Herz. Herz. Sehr gut. Da ist noch eins. Das wird vielleicht gleich braun. Okay, doch nicht. Doch nicht. Das hab ich doch ganz souverän hier gemeistert. Was ist das? Das kann ich doch bestimmt anzünden. Wartet. Das sieht anzündbar aus. Oh Gott. Kann ich das? Ja. Kann ich. Ah, toll. Brauch ich's leider nicht. Weil mein Tasch ist voll. Oh. Ah. Ah. Tatspring. Wie funktioniert der nochmal? Ah. Ich schaff's nicht schnell genug A zu drücken, wenn das Spiel das von mir möchte, ne? Ah. Okay. So, jetzt können wir wahrscheinlich aber das Ding einfach da hinwerfen, ne? Ups. Schaffen wir gleich. Vielleicht muss ich's anvisieren. Vielleicht ist das besser. Oh. Kann ich's nicht anvisieren? Das war drüber weg. Das war auch drüber weg. Ein bisschen weiter weg müssen wir uns stellen. So vielleicht? Gut. Das hat nicht geklappt. Aber vielleicht ist da eine Nuss drin. Gucken wir doch mal. Vielleicht haben wir hier irgendwo Au. Nüsschen. Versteckt. Wenn ich Wenn ich das denn anzünden darf? Fang Feuer, du! Fang Feuer. Okay. Nee. Da ist auch noch... Vielleicht... Hm. Okay. Das hat geklappt. Direkt auf Anhieb. Hier ist überall so ein Zeug, ne? Okay. Da können wir... Wartet mal. So. Schaffen wir's dann noch da hoch? Ja. Und? Ach, guck mal. Da ist ne Fee. Die sind so süß. Guck doch mal, wie süß die sind. Jetzt ist sie weg. Da war sofort... Aber hier seh ich sonst nirgendwo ne... ne Nuss oder sowas. Ich hab das Gefühl, ich müsste die Waffe immer noch werfen. Aber... Ich steh falsch. Ich steh falsch. Oh. Oh. Ja gut, so einfach ging das jetzt. Das hab ich mir auch komplizierter vorgestellt. Manchmal ist es einfacher, als man denkt, ne? Okay. Dann gehen wir jetzt hier lang. Kann ich da nicht hoch? Doch. Okay. Und wir müssen wahrscheinlich... Upsala. Da hoch. Wir versuchen's. Nö, müssen wir nicht. Wo müssen wir hoch? Da hoch müssen wir. Das sieht doch machbarer aus. Ja. Okay. Huch. Schön, dass wir da wenigstens ein bisschen Spielraum haben. Warte. Wir müssen kurz einmal... Ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Wir kommen ja nirgendwo hin. Seht ihr das? Da? Niemals. Wir versuchen's, aber... Nie. Wie kommen wir denn jetzt da wieder? Nuff? Ach, wir müssen... Oh. Okay. Wir müssen da drauf. Okay. Das hier unten war jetzt gar nicht der richtige Weg. Nee, da kommen wir auch nicht mehr hoch. Hä? Wir kommen... Hä? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich bin verwirrt. Wir können aber nicht auf die... Ich muss ja jetzt hier irgendwie wegkommen, ne? Sehe ich richtig. So, und das. Da müssen wir rein. Wenn ich lande? Wartet. Hä? Ich bin... Ach je. So, da schaffen wir es Nuff, aber... Da kommen wir auch nicht rauf. Ah, warte. Wir können aber fliegen. Ich bin ja so doof, ne? Wir können ja mittlerweile fliegen. Das heißt, wir können hier rüberfliegen, oder? Guck mal. Okay. I see. I understand. Das heißt, wir müssen uns umgucken. Mach das nicht... Zu früh. Oh. Okay. So, jetzt müssen wir uns umgucken. Da, ne? Das sehe ich richtig. Ja. Und fliegen, und fliegen, und fliegen, und fliegen, und landen. Okay. Okay. Jetzt nicht runterfallen. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh Gott. Hier, bop, bop. So, wir brauchen die Bombe hierfür. Okay, und dann gehen wir jetzt einfach da nennen. Das ist mir jetzt gerade egal, was ich da oben sehe. Wir gehen jetzt erst mal hier rein. Da kommen wir noch früh genug zu. Oh Gott. Ah ja. Das ist cute. Das war verständlich. Ah! Und, kommen wir jetzt da? Ja. Wieder hoch mit uns. Ganz vorsichtig. Okay, okay, und... Höhenangst ist kacke. Auch in Spielen. Ärgerlich. Seid alle froh, wenn ihr keine Höhenangst habt. Was kann ich mit euch machen? Kann ich euch hier... Ach, guck mal, ich kann die einfach... Ich muss die gar nicht anzünden. Ah, guck mal. Okay, das ist ja easy. Ah! Warte. Ja! Fall! Bäm! Oh was? Doch. So, dann haben wir hier... Ganz viel Energie und ganz viel Rubine. Weil wir so viel davon brauchen. Misch gar nichts. Okay, wir können jetzt von der Seite kommen, wenn wir wollen. Wollen wir das? Ja. Ich glaube, wir... Nee, doch. Alles cool. Ah! Okay. Nummer eins. Oh, oh, oh. Ah, ja. Okay, wir brauchen mal die anderen noch. Bin ich aus für selber? Au! Das war mir ja so klar. Das muss ja passieren. Bist du auch zu... Nein. Ah! Bist du zu einer Blume? Nö. Kommen wir da hoch? Ja. Das sieht manchmal höher aus, als es ist. Ich weiß nicht, warum ich die Rubine einsammle. Ich habe das Gefühl, ich muss das tun, weil es wichtig ist. Aber... Ja. Okay, so. Dann drehen wir uns. Dann müssen wir wahrscheinlich... Ah! Hier lang. Nee, müssen wir gar nicht. Hier, hier, hier. Und du? So, was machen wir denn damit? Ah, ja. Okay. Aber das funktioniert nicht, ne? Nicht, dass ich jetzt vermuten würde. So. Kannst du noch ein Stück näher kommen? Nee. Ja, ja. Okay. Jetzt bin ich drauf und jetzt kann ich von hier wehen. Oder von da wehen. Und jetzt... Okay. Okay. Oh, das ist aber... Das ist aber schwierig, ne? Ich bin zu... Zu schwer. Los! Nein, du musst mich... Ah! Schaffe ich das? Okay, ja. Das geht. Das geht. Ja. Okay. Da ist unsere Nuss. Oh, Gott. Kann ich die auch ablegen? Da ist eine Kiste. Oh, kann ich die? Oh! Da ist eine Kiste! Okay, wir müssen gucken, wie wir da hinkommen. Okay. 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 Und jetzt? Was ist da jetzt passiert? Wieso ist die auseinandergefallen? Wieso ist meine Nuss auseinandergefallen? I don't get it. Okay, da müssen wir noch mal eine Nuss holen. Wieso ist denn die jetzt... Habt ihr das verstanden? Bestimmt habt ihr das verstanden. Hat die nur eine gewisse Lebensdauer, meine Nuss? Bestimmt. Und ihr wisst davon. Ich bin viel zu langsam. Okay. Wir haben es geschafft. Aber wie komme ich denn jetzt da ohne an die Kist? Wahrscheinlich auch durch die Blume hier, ne? Kann das? Probieren wir es mal. Ja, fast. Okay. We did it. Das hat geklappt. Ich bin ein bisschen stolz. Wow! Ist voll mein Glückstag. Sag ich euch. Besser geht's gar nicht. Oh, Uppsala. Das war doch ein bisschen zu weit rechts. Jetzt aber. Sehr gut. Und jetzt wird er... Den hier machen. Ne. Wir müssen da hoch. Wie ich es schon wieder vergessen habe. Innerhalb von Sekunden einfach. Okay. Das sieht ja... Ach, du kacke was. Okay. Das haben wir geschafft. Wind ist hier der Schlüssel auf jeden Fall. Wenn wir uns das merken, ist alles halb so wild. Ich komme doch ganz gut vorwärts, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Ist alles halb so wild. Das sieht irgendwie nicht gut aus, was ich da sehe. Seht ihr das auch? Okay. Wir können hier jederzeit wieder hoch. Das ist schön zu wissen. So. Dann einmal... Dann rüber. Oh Gott. Das bewegt sich ja. Ist ja widerlich. Mach das doch nicht. Komme ich auch da hin? Muss ich darüber? Wahrscheinlich weniger. Da ist aber was. Guckt. Aber das sind nur Rubine. Sehe ich das richtig? Aber vielleicht kann ich damit was auslösen. Wenn ich... Oh. Ne. Kann ich nicht. Okay, wir haben eine Nuss. Die muss da nübber. Ach so, ja. Das kriegen wir hin. Der schaukelt ein bisschen vor sich hin. Nicht ganz. Okay. So. Was können wir denn da? Von da kommt... Ah, der bringt uns nach oben. Ja gut. Wir gehen aber erst mal durch die Tür, oder? Ich weiß immer nicht, was besser ist. Sollen wir erst nach oben gehen? Wir konnten jetzt an zwei Stellen weiter hoch. Ich bin aber durch die Türen gegangen. Ich kann euch nicht sagen... Was war das? Hört ihr das? Ist es da unten? Spring! Ah! Oh, da hängt was an mir dran. Hilfe! Hilfe, geht weg! Ist ja schlimm. Ah! Nein! Weg von mir! Ah! Die machen aber keinen Schaden, oder? Aber die machen mich schwerfällig. Mach die Kiste auf. Wow. Okay. Hat sich voll gelohnt. Äh. Äh. Geh da hoch. Und geh da hoch. So, wo... Wo kam er denn? Wir müssen da lang, ne? Ups. Sala. Uhu. Schnell. Ich hätte gerne noch mein Herz vielleicht. Kriegst du ein Herz? Nee. Kriegst du nicht. Okay. Ah! Ah! Help! Au! Oh my god! Ach du Scheiße. Was bomb ich denn hier weg? Die... Die Holzdinger, ne? Okay. Okay. Das hat aber gereicht, ne? Okay. So, dann haben wir hier ne Kiste. Da muss man richtig aufpassen jetzt. Oh, ein Kompass. Okay. Ich hab noch nicht einmal auf die Karte geguckt. Das ist richtig gut. Ich vertraue euch einfach, dass ihr mir das sagt, wenn ich was voll Wichtiges übersehen habe. Wir können aber mal... Guck mal. Wir gucken mal. Wow. Da ist noch was. Wir haben da hinten was. Aber... Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Da waren wir angeblich. Und haben irgendwas vergessen. Und da waren wir aber auch noch nicht. Es sieht noch ganz gut aus. Wir haben jetzt bis jetzt einen Schatz übersehen. Ach komm, leck mich. Das ist voll gemein, was sie hier macht. Toll. All I wanted for Christmas. Ah! Ah! Kann ich da lang? Ah! Ah! Oh no! Ich kann aber da lang. Okay. Ähm. Nein. Aber hier lang. Ja. Und dann? Da lang? Das war's doch noch nicht. Hier lang? Okay, we did it. We did it. Nächste Kiste. Wir haben einen kleinen Schlüssel gefunden. Okay. Wo auch immer wir jetzt nochmal damit hin müssen. Oh Gott. Wo auch immer. Ich guck nochmal auf die Karte. Wo bin ich da? Da haben wir jetzt alle Schätze, ne? Ja. Okay. Ähm. Okay, aber wohin jetzt? Müssen wir überhaupt hoch? Müssen wir überhaupt irgendwo noch um? Nee, ne? Wir können einfach wieder rausgehen. Aber wir können uns da hin schmüblübben. Oh, Achtung. Katze am Mikrofon. Katze freut sich sehr über das Mikrofon. Ah! Ja. Du bist ganz fein. Das ist unser Großer, den ihr da gerade gehört habt. Ja, den ihr gerade sehr laut gehört habt. I'm sorry. Spring! Au, au, au. Oh, du darfst nicht ans... Oh Mann. Wartet kurz. Er stößt als Gegenteil. Warte, er dreht sich schon. Er legt sich hin. Okay. Alles ist wieder gut. Er liegt. Er liegt. Komm schon. Ei, ei, ei. Okay, haben wir es. Ich brauche unbedingt ein Herzchen, ne? Gib mir ein Herz. Was heißt unbedingt? Also noch einmal genug Leben? Ich hoffe, man hört mich noch. Ja, ne? Nicht, dass er jetzt irgendwas an meinem Mikrofon verstellt hat. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, seine Schnauze ist nicht stark genug. Um mein Mikrofon zu verstellen. Aber er hat es ein bisschen schäppig gemacht, war das? So, ich glaube, jetzt passt es wieder einigermaßen. Okay, jetzt wollen wir nach oben. Warte, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind da. Wollen wir nach oben? Aber da ist auch noch irgendwas. Irgendwas haben wir übersehen. Ich glaube, wir haben eine Kiste übersehen. I'm sorry. Da unten sind auch noch Sachen, ne? So viel Zeug. So viel Zeug. Okay, also einmal den. Oh. Ah. Oh. Okay. Wir können uns hier jederzeit hin teleporten. Müssen wir jetzt hier aufs Blümle drauf und es kaputt mache? Ups. Ich hätte vielleicht fliechen sollen. Wartet mal. Ich vergesse das. Ich vergesse die einfachsten Dinge, die mir eben gerade erst beigebracht wurden. Also durch die Tür würde ich dann auch gerne nochmal. Ne? Weil durch die kommen wir ja... Oder ich weiß nicht, wie wir da jetzt nochmal hinkommen. Oder in dem Raum waren wir anscheinend schon mal. Und da habe ich irgendwas noch übersehen. So, wir fliegen mal rüber. Und keine Ahnung. Wachsen die nach? Die wachsen nach. Aber das bringt uns nichts, oder? Nee. Okay. Wir sind nicht schnell genug. Wir sind nicht schnell genug. Hört auf, wieder nachzuwachsen. Ich bleibe hier auch ständig hängen, ne? Aber das bringt auch nichts, oder? Oh. Das wollte ich nicht. Nee. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt einfach noch nichts machen können. Das ist eine gute Frage. Wir können hier aber jederzeit wieder zurück. Ich meine, das ist ganz gut zu wissen. Upsala. Ups. Und... Upsa. Dann gehen wir erstmal da rein. Noch erschließt es sich mir nicht. Also, wir kommen jetzt hier wieder raus. Ah. Da ging es ja auch noch irgendwo nach oben. Wir können uns einfach mal noch ein bisschen hier umgucken. So, da war jetzt nur eine Kiste, ne? Wir gehen nochmal durch die Tür. So, hier ging es weiter nach oben. Das haben wir nicht gemacht. Warte. Wir gehen lieber hier lang. Wir haben halt auch nicht mehr so viel Energie. Ach, wir sammeln da drin Energie. Guck mal. So, wir fliegen darüber. Und da waren wir jetzt nämlich noch nicht drin. Um weiter hoch zu gehen. Deswegen machen wir das doch einfach. Das wird schon richtig sein. Dann gehen wir nämlich hier lang. Dann geht es noch weiter hoch. Sehe ich das richtig? Ah. Aber das funktioniert nicht, ne? Ne. Leider nicht. Was machen wir da? Was machen wir da? Wir können da rüber. Aber was bringt mir das? Wir können mal gucken, was uns das bringt. Oder? Warum nicht? So. Da ist jetzt wahrscheinlich eine neue Blume für mich. Okay. Aber ich kann ja damit nicht... Oh. Ah. Geht's jetzt noch irgendwo hin von hier? Gefühlt nicht, ne? Wir können noch da rüber. Können da hin. Aber das bringt uns nix. Okay. Hier nach oben war jetzt nicht so der Weg. Weil das bringt uns nix. Ich weiß nicht, was wir da... Machen können. Wir können hier nix hinschmeißen. Das bringt uns auch nix. Aber vielleicht können wir einfach... Vielleicht den hier machen. Das bringt uns nix. Auch wenn wir die alle abmachen, bleibt das Ding ja da. Wir haben jetzt nen Schlüssel. Wo haben wir denn den Schlüssel gebraucht? Was tue ich hier eigentlich? Ich bin so verwirrt. Oh, Scheiße. Oh Gott. Ich hab fast wieder den falschen Knopf gedrückt. Wir können halt auch nicht mit ner Bombe reisen, schätze ich, ne? Wo müssen wir mit dem Schlüssel hin? Wir gucken uns ja einfach nochmal um. Vielleicht finde ich auch den Raum wieder. Ach, guck mal. Da ist der Bossraum. Interesting. Hier runterfallen wir nicht so gut. Tatsächlich. Das versuchen wir dann auch gar nicht erst. Wow! Oh, Herzen. Okay. Mir geht's wieder gut. Ich fühl mich super. So, hatten wir jetzt hier noch was? Nee, da müssen wir ja wieder nur nach oben. Wir müssen halt alle Gegner wieder machen. Sad. So sad. So sad. But it's okay. Das schaffen wir schon. Wir müssen eigentlich nur den hier machen, ne? Wir müssen nur den machen. Und dann müssen wir hier hoch. Lassen Sie mich. Und dann da hoch. Sehr gut. Und hier weiter oben war nichts mehr. Genau da war das. Aber das brauchen wir gar nicht, weil die Tür schon offen ist. So, dann sind wir wieder hier. Ach ja, das war das. Habe ich gar nicht vergessen oder so. Ach, ärgerlich. So, und dann sind wir wieder hier. Dann sind wir wieder da. Dann müssen wir einfach wieder da rüber. Ich bin verwirrt. Merkt ihr vielleicht? Ich weiß nicht so ganz, was ich mit mir gerade anfangen soll. Oh mein Gott. Man muss nur vier Stück machen, ne? Nee, aber das war... Nee, es sind nicht mehr... Nee. Eins, zwei, fünf. Fünf Stück. Und das muss dann da runterkrachen. Ich sehe das schon richtig. Wir müssen das zum Runterkrachen bekommen. Da... Oh mein Gott, da ist Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Da müssen wir hin. Das bringt uns weiter jetzt. Okay. Okay. Ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Das ist schon mal gut. Das heißt, vielleicht können wir da noch gar nichts machen, wo wir hinwollen. Oder wo wir hin sollen. Ah. Au. Ich habe... Don't... Geh weg. Au. Stop it. Kann ich da runter? Kann ich kalt machen? Nein, kann ich nicht. Oh Gott. Kann ich nicht. Sterbe ich jetzt? Ich weiß nicht, wo ich hin... Oh Gott. Leiter. 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 Nein, geh weg. Der Gegner nervt einfach nur, ne? Der ist nur da, um mich zu nerven. Oh ja, weil ich immer so lang... Aushol jetzt... Börste auf. Stirb. Ertrink in dem Wasser da. Wer, der wirft mich jetzt da runter. Ja, sehr gut. Okay. Ach, guck mal. Wir können auch einfach den hier machen. Das ist sehr praktisch. Okay, schnell raus. Schnell weiter. Das sieht nach... Oh Gott. Oh please. Was ist das denn? Help! Ja, warte. Oh nö. Oh nö. Ja, warte. Ja, warte. Okay. Sterben die jetzt alle? Verschwinden die alle? Geh weg! Oh, das ist ja... Boah. Das ist ja anstrengend. Okay, aber da ist eine Blume draus geworden. Ach ja. Ja, ja, da war ich zu schnell. Ich will mich nur retten. Ich will mich nur retten. Okay. Okay, keine Ahnung wohin. Hier. 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 Ai, ai, ai. Darüber. Oh, und da? Und keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Okay. Wir drehen uns mal. Oh, okay. Okay. Wir... Wir... Wir machen hier den... Oh. Oh. Ich kann halt... Ich hole aus, aber es bringt mir gar nichts, gell? Au. Kann ich dir da irgendwie rein wehen? Oh. Oh, da komme ich ran an den einen. Wenigstens. Komm. Los. Los. Mist. Mist. Okay, das haben wir. Ja. Der ist jetzt erst mal nach unten gefallen. Was ist mit euch? Ich kann nicht nur kaputt machen, ne? Oder? Das bringt mir gar nichts, wenn ich euch versuche. Nö. Okay, wir brauchen anscheinend irgendwas von da vorne. Oh Gott. Hätte ich nicht weitergehen sollen? Oh nein. Ich wollte die Folge beenden. Was passiert hier? Oh. Oh. Oh, nicht gut. Oh. Oh, ich kann hier nicht mehr raus. Ah! Oh Gott. Oh, das ist doch kacke. Hier. Hopp, hopp. Okay, wir müssen auf das A abflug. Ja. 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 Das sind zu viele. Oh, jetzt, jetzt, jetzt ist es am... Ja. Ja. Oh. Stopp. 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 Johannes. Oh. Johannes. Diese kleinen Dinger sind echt aggressiv. Beziehungsweise anhänglich. Sie sind sehr, sehr anhänglich. Oh. Okay, gib mir, gib mir, gib mir Zeug. Oh, eine Feder. Das ist cool. Die können wir irgendwo mal irgendwo abgeben. Okay. Oh, das ist eine spannende Kiste. Die gucken wir uns noch an. Da schauen wir noch rein. Einen Boomerang. Oh, nice. Bei Objekten, die man treffen kann, ändert sich die rote Zielmarkierung in Boop. Maximal kannst du fünf Objekte gleichzeitig anvisieren und mit ihm treffen. Okay, da wissen wir schon mal, wo es lang geht. Wir dürfen wieder, dürfen wir wieder raus? Ja. Wir dürfen hier nicht mehr raus. Aber wir, ah, wir müssen jetzt wahrscheinlich unseren Boomerang benutzen. Gut. Dann gucken wir uns das, wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Ach, guck mal da oben. Und dann danke ich allen fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüssi.